hu hu meine lieben und schön dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer weiteren runde the forest im winter wonderland und alle anderen die jetzt dabei sind seid willkommen zu meiner winterstaffel ich habe mir ein mod installiert was uns überall auf der insel schneepal und weiße weihnacht dir beschert wenn es denn soweit ist wir haben hier unsere wildschweine organisiert ich wollte mal gucken dass wir vielleicht noch ein paar wildschweine finden neue session neues glück sage ich mal mal gucken wenn wir unsere wildschweine zusammen kriegen ob wir uns dann noch den modernen bogen organisieren der hier auch nicht allzu weit weg ist von hier ich werde hier noch ein bisschen die aloe vera mitnehmen hier noch umliegt hier ist noch stoff drin den lassen wir uns auch nicht entgehen da drüben ist noch ein reh sollte man sich vielleicht auch gönnen wenn man schon mal hier ist der ist ja ganz schön gefluckt gib mir mal dein fell bitte dann haben wir jetzt nämlich die zwei übrig die ich mehr haben müsste acht stück sechs brauche ich für die wärmerüstung da kann ich jetzt zwei stück verbasteln und bau mir mal die trinkflasche so da haben wir jetzt eine trinkflasche die können wir auch bilden mit wasser dann haben wir unterwegs immer ein bisschen wasser kann nicht schaden soweit haben wir denn hier noch irgendwas zu plündern die körper hatten wir alle schon leer gemacht den stopp haben wir schon mitgenommen leiterplatten brauchen wir nicht bomben haben wir noch voll hallo riechen das ist der pfeil wohl am haus hängen geblieben zack sehr schön dann haben wir wieder sieben mal schauen da kriegt noch eins nehmen wir uns das auch mit so meine pfeile erst mal wieder rausziehen dann das fell so sehr schön mit schwein wäre es noch schöner aber ich denke mal wir werden jetzt langsam aufbrechen in richtung höhle da ist ein bildschwein jawohl aua der pri hat schon wieder der her ja dann nehmen wir doch meine packe in hand wo steckt mein pfeil ein pfeil ach mist das ist jetzt verloren gegangen egal wir haben ein bildschwein sehr schön dann fehlt uns noch ein einziges für die wärmerüstung da ist ein bildschwein der war voll daneben ich zitter ein bisschen treffer jawohl so hier ein pfeil finde ich den anderen auch noch wieder ja ich habe ich denn jetzt noch 38 ok so dann werden wir noch mal schnell mal zurück eilen zu unserem lager schnell ein pfeilchen anmachen damit wir mal ein bisschen auftauen na prima sache immer sache wir haben unsere repel wir haben die windschweine das war schwer ein hase uns fehlt noch jetzt ein hase wenn wir jetzt noch ein hase haben dann können wir uns schon das kräften die wärmerüstung hier ist schon ein bisschen fleisch getrocknet hoffe ich doch dann nehmen wir das doch mild und sehen zu dass wir weg kommen hier ein hasen finden wir noch auf dem weg zur höhle lassen wir uns überraschen die ist mal los wir können mal gut da am strand lang vielleicht kommt ja so der eine oder andere kann die bade noch vorbei ja eine ringelblume nehmen wir doch gerne mit ist auch noch eine vielleicht mal gucken ob wir überhaupt stickys voll haben ein paar stickys gehen noch ist noch ringelblumen ein paar blätter nehmen wir uns noch mit so dann sollte man mal gucken ob wir mal noch einen hasen erwischen jetzt weiß gar nicht ob hier überhaupt hasen rum rennen aber ich glaube ja eigentlich gibt es so an der küste gibt es eigentlich immer irgendwo hasen also wenigstens ein kommt hier das kann ich meine wärmerüstung basteln da ist ein buddy hey buddy zwei ja ich glaube ja es sind nur die zwei ja mit zwei nehmen wir es auf das ist kein problem immer kleiner so nummer eins hallo so nummer zwei noch jemand ich okay da ist eine schildkröte na gut einen panzer haben wir ja wir brauchen nicht noch ein was wir brauchen ist jetzt ein hasen das ist jetzt irgendwie ein hasen organisieren ja du rennst auch wie so ein hasen du kleiner schlingel wolltest gucken kommen was mit deinen kollegen passiert ist hier oder was ich brauche trotzdem immer noch einen hasen ich muss doch mal irgendwo einen hasen rumhoppeln mensch kann doch nicht sein wenn nicht müssen wir echt tatsache noch mal ein kleines stück den strand lang eigentlich, aua, sag mal ich sehe aber hier auch wirklich keinen hasen blöd echt blöd dann werden wir noch ein stück den strand lang gehen vorne gibt es noch hasen das weiß ich dann müssen wir noch mal zurück kommen die hülle ist jetzt hinter uns ja, der hat keine ausdauer mehr dann trinken wir halt mal eine soda sind wir heute mal ein bisschen verschwenderisch so der frost ist auch schon weg sehr schön wird aber nicht lange dauern prier ich gleich wieder deswegen müssen wir uns beeilen hier gibt es hasen definitiv auf jeden fall die frage ist nur wo da da war einer oh wo kommst du plötzlich her ich hab dich gar nicht gesehen hat der mich da vorne ist doch da sind doch zwei das ist jetzt aber doof ich wollte eigentlich hasen haben der hat gesessen mein freund so lasst dir schmecken meine pfeile wieder zurück so sehr schön jetzt brauche ich aber einen hasen Mensch gib mir doch einfach mal einen hasen bitte ich habe doch einen gesehen schon aber der ist leider geflüchtet weil die mich so abgelenkt haben da ist ein hasen gewesen ich muss sie zum strand treiben dann sehe ich ihn ja irgendwie ist es doch ganz schön verflucht mit dem hohen gras man sieht einfach die hasen nicht da ist einer dich lasse ich nicht mehr weg dich lasse ich nicht mehr weg du bist meiner da ist noch einer du bist auch meiner komm her komm her ah ich zitter jawoll eine Echse jawoll so meine pfeile her wieder zack 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 oh unser Hase sehr schön das freut mich doch jetzt können wir endlich die wärmerüstung bauen dann hat das frieren ein Ende es hat einen kleinen nachteil und zwar haben wir da keine Rüstung mehr die wir benutzen können das heißt wir sind nicht mehr geschützt also heißt es frieren oder geschützt sein äh umgekehrt frieren oder nicht frieren muss ich mir halt aussuchen aber erstmal sehen wir zu dass wir jetzt zur Höhle kommen wir holen uns jetzt noch den modernen Bogen meine Lieblingswaffe meine absolute Lieblingswaffe da werden wir schon wieder belästigt hey kleine zwei Pfeile ich hab drei Stück reingebombelt und krieg nur zwei wieder ihr seid doch geizig ne jetzt will ich auch nicht mehr jetzt gehen wir mal gucken ob wir noch paar Stickis mitnehmen müssen so sehr schön Sticks 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 und die Sticks nehmen wir auch noch mit so 15 Sticks na dann müssen wir noch mal leider noch mal zwei drei Sticks holen und auf uns nehmen dass wir belästigt werden ich hab doch ein Gehör ja 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 ich hab dich schon gehört du kleiner Hund bin gleich bei dir so und die Sticks sind voll wo ist er denn jetzt komisch abgehauen ist er der Pikeling na gut soll unser Schaden nicht sein wir gehen einfach mal los in die Höhle rein Richtung Bogen wir holen uns meine Bogen ich bin blutüberströmt äh ich find da keine Möglichkeit jetzt mich zu waschen ich muss mal ganz kurz nochmal zum Meer kommen wir leider nicht drum rum meine Lieben da hab ich jetzt nicht drauf geachtet aber ich hab auch keine Lust auf eine Infektion die schwächt mich und das können wir nicht gebrauchen sag ich mal so einmal hier rein ins Kühlenass das war's schon jetzt ist mir natürlich kalt wir bauen uns gleich unseren Wärmeanzug und dann hat sich das mit der Kälte ich möchte aber unbedingt noch erstmal rein in die Höhle da kann man auch erstmal einen Sicherheitsspeicherpunkt bauen und sich kurz aufwärmen mit der Wärmerüstung mit der neuen so was brauchen wir denn für unsere Wärmerüstung sechs Repelle vier Wildschweinleder ein Waschbärpill ein Hasenpill ach du Kacke ich brauch Seile na dann müssen wir kurz noch ein paar Seile machen so fangen wir nochmal an oh das Waschbärpill das Hasenpill Seile und Stopp tada unsere Wärmerüstung weil es so schön ist ziehen wir es auch gleich an so und der Prost geht weg ist das schön ist das schön ich friere nicht mehr damit hat sich das Frieren jetzt erledigt jetzt wird einiges leichter jetzt wird es einiges leichter hier das ist schön so wir bauen uns trotzdem mal hier einen kleinen Unterstand hin so werden uns mal ganz kurz einmal absichern so okay ja dann würde ich sagen füße ich mal los ne gucken wir mal wie weit wir kommen jetzt hier die laden einmal die Taschenlampe auf da ein Armsee und ein paar Kannibalen aber sie sollen jetzt kein Problem sein glaube ich wenn er denn mal stehen bleibt der liebe Herr da ist der Armsee zack der kriegt erstmal hier so ein Pfeil ah wir müssen jetzt die Kannibalen erstmal schnell noch loswerden zack da haben wir in meinem Headshot gelandet er hat gesessen so der Armsee bleibt mal bitte hier der futtert sich da gerade entschlapp an seinem Kumpel na wo seid ihr da rennt er rum wie vor der wilden Hummel gestochen oh der Armsee bleibt schön hier sag mal kannst du mal stehen bleiben mein kleiner du hast doch eh keine Chance kriegt der Armsee halt nur einen hehehe ah jetzt jetzt hab ich dich gleich komm 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 den Armsee hab ich gut unter Kontrolle der hat keine der hat keine Chance da unten der kleine der nervt mich so ein bisschen hier der kleine Flitzer unser kleiner aber sobald der Armsee tot ist geh ich mal runter wo ist er denn der Armsee da so oh oh ich rutsche wollte ich gerade sagen so da kommt der andere Treffer jawoll Platz ist er jetzt haben wir nur noch den Armsee und der soll ja jetzt nicht das große Problem sein von hier oben der so angekratzt wie das schon ist eigentlich könnte man auch runter gehen den unten in Ruhe machen nein 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 nicht runter fallen runter gehen hab ich doch gesagt nein 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 schnell weg Hilfe 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 ich hab doch keine Rüstung an oh ich hab doch keine Rüstung an ah ich muss hier mal ein paar Pfeile einsammeln so oh mein Gott ey also ohne Rüstung ist ja heavy wie er mich fast bekillt hat der Hund ich glaub's nicht ey jetzt muss ich mir erstmal von dem Schocker holen da muss ich ja echt verdammt vorsichtig sein wenn die Rüstung ja ja so viel ausmacht ich hab dich schon gesehen du Hund du wolltest dich verstecken hier ne gibt's nicht so hier müssen wir rein guten Tag ich wusste ja nicht ob sie's wussten aber ich bin jetzt da ah hier geht's runter da werden wir gleich noch runter gehen erstmal gehen wir hier ein Stück weiter geradeaus ah da ist noch ein Stück von Timmys Roboter so wir gehen mal hier in den Gang rein oh man könnte eigentlich jetzt auch mal eine schöne Stange Dynamit opfern so hallöchen Puppöchen Überraschelung gucke mal ich bin da oh jetzt sind die Racker aber ganz aufgeregt die Kleinen so bumm hier alles schön mitnehmen ganze Stoff Alter ist hier viel Stoff sehr geil sehr sehr geil alles meins so kein kleiner Racker hat überlebt he he was haben wir denn hier noch Schönes Leuchtpackeln können wir nicht mehr tragen Seile sehr schön hätte ich ja vorhin gar keine selber machen brauchen hier drüben haben wir auch noch ein paar Seile die nehmen wir uns auch noch mit da sind wir mit den Seilen voll soweit ja das war es schon hier soweit jetzt noch den Stoff hier noch zack 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 und vorwärts da gehen wir wieder zurück hier gibt es noch Soda Dosen da können wir mal eine trinken sammeln wir uns die wieder ein das war auch wieder voll oh ein bisschen Hunger haben wir aber ich denke das ist jetzt noch nicht so relevant sehen wir erstmal zu dass wir jetzt hier runter kommen einmal hier zack und was haben wir denn hier Schönes ein Eimer Farbe den malen wir uns natürlich mal an ich hab allerhand rohes Zeug noch bei schade da könnte man eigentlich eins brutzeln nachher da muss ich kein getrocknetes Essen so kann ich alles nicht mehr mitnehmen bin randvoll mit allem Zeug was da rumliegt da gehen wir einfach weiter so hier haben wir ein Bildchen von ah einen weiteren Grab da ist wieder ein Pistolenteil drin so oh da ist ein etwas längeres Seil hoppala fast drückwärts runtergerannt da so da sehen wir mal zu dass wir hier uns ranhängen an die Wand dann klettern wir mal hier runter wir wollen auch gar nicht rüber wir wollen eigentlich nur runter so da leuchtet uns schon das Licht den Weg da müssen wir hin so angekommen jetzt heißt es eigentlich nur noch hier runter wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun hallöchen mein bester kannst du mal kurz stehen bleiben bitte ich will meinen Pfeil nicht mehr schießen danke na 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 wer wird denn gleich so aggressiv werden hallöchen so meine Pfeile schnell mitnehmen da ist noch einer oh der ging direkt am Gesicht vorbei direkt am Gesicht vorbei nochmal so der hat endlich mal gesessen die kleinen Babys hinten haben wir uns auch erledigt und eins ist hier reingeglitscht guten Morgen so ok was wir nicht liegen lassen sind unsere Pfeile die nehmen wir uns alle wieder mit so zufällig lag hier auch noch ein Stick rum zwei sogar jo prima dann mal hier weiter ein Spalt zum Durchklettern interessant interessant immer tiefer rein ins Gewölbe oh Stecker können wir gebrauchen wie praktisch ja hier vorne ist eine Sackgasse mit einem kleinen Löchlein da kann man durchgucken aber da kommen wir auch später noch hin da brauchen wir nicht jetzt schmulen was da drin ist das sehen wir dann schon noch so dann haben wir hier mal eine Taucherflasche Sauerstoff lassen wir auch nicht liegen immer eine einsetzen eine einsammeln kann nicht schaden so ist man immer voll und es kann nicht passieren dass man absäuft oder so ja Alkohol haben wir eigentlich voll da brauche ich hier nicht reintauchen dann gehen wir gleich mal den Gang weiter und da sehen meine Äuglein ein Zell zu speichern und ein Lagerfeuer welches wir eigentlich nicht mehr brauchen wir sind ja nicht mehr am Frier ja das hilft auf jeden Fall ungemein dass ich nicht mehr darauf achten muss dass ich ständig Frier was gefährlich ist ist natürlich wegen der Rüstung dass es dann wirklich so extrem ist wenn man keine Rüstung trägt dann muss man halt in Gefahrensituationen schnell mal die Rüstung anlegen oder zum Schluss halt mal gucken wie wir das verwerkstelligen ja auf jeden Fall nutze ich die Gelegenheit hier mal uns jetzt abzuspeichern und mich bei euch zu bedanken dass ihr dabei gewesen seid ich hoffe es hat euch Spaß gemacht mit mir hier in der Höhle wir gehen in der nächsten Folge dann noch weiter und besorgen uns den modernen Bogen das sollten wir schaffen da ist noch ein bisschen Action drin da liegt noch ein bisschen Kampf in der Luft schaut einfach wieder rein und genießt den Abend noch bis zur nächsten Folge Tschüssi bis zum nächsten Mal wie